Ups, sorry! Lass mich auch einsteigen. Warte. Du hast mich... Ja, du kannst mich über den Ding schlagen. Achso, sorry. Nicht da her. Tut mir leid, ich gebe dir deinen Panzer wieder zurück. Aber nur, wenn du den Laden für mich überfällst. Gib mir dein Geld! Gib mir dein ganzes Geld. Los, alles verfalle. Pack alles hier rein. Halle braucht das Geld. Schneller! Sehr gut. Halle, ich habe das Geld. Dann komm rein in meinen Panzer. Ich denke, du hast einen coolen Panzer. Das lasse ich dir. Ja, danke. Meinst du, damit kann ich Frauen überzeugen? Klar.